Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Jagged Alliance 3. Wir sind unterwegs um... Oh, was haben wir? Achso, wir haben noch eine Probe gefunden, ne? Ja, ne, Mordor und Teddybären, da kümmern wir uns später mal drum. Aber der Seuchenausbruch... Es müssen Proben der Roten Tollwut zu Dr. Kronberg gebracht werden. Jetzt schon, aber wir sind noch gar nicht fertig eigentlich, ne? Ähm... Ja, wir holen uns die letzten beiden Sektoren noch. Ich weiß nicht, bis wann wir damit fertig werden müssen, aber ich... Befürchte, wenn sich die Seuche schon so weit ausgebreitet hat, da haben wir nicht so viel Zeit. 13. Juli steht hier. Ach, das ist... Ah, das ist Startdatum. Okay, gut, 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 wunderbar. Das heißt, wir sind zwei Tage unterwegs erst. Ja, kommt, dann holen wir uns noch die restlichen Proben. Wo müssen wir dafür hin? Hier drüben? Da ist ein Seuchenausbruch und hier oben, ne? Und das müssten dann... L8 und I19 und Chalet de la Pé. Das müsste es eigentlich sein. L8, I19, genau. Okay, wunderbar. Dann gehen wir mal hier rüber. Was bist du denn hier? Wassergrab. Das Zwillingsgut. Okay. Dann watschen wir da mal rüber. Wann kommen wir da an? 20 Uhr. Ja, drei Stunden brauchen wir da hin. Äh, auf geht's. Heading out. Was nu? Ah, okay. Ähm, wo sind wir denn? In Chalet de la Pé sind wir. Ähm, Kalina und Fox sind da. Äh, wir haben vier Wachen. Fünf greifen uns an. Was haben wir da? Zwei Soldaten, zwei Speer und einen Mörser. So, jetzt können die Mädels mal zeigen, was sie drauf haben. Ob sie gute Waffen haben. Es ist nicht nachts. Es regnet nur. So, unsere Gegner kommen von da oben. Und wir können uns hier oben... ...auf diesem Turm zum Beispiel... ...es gemütlich machen. ...und da aus sehen wir zumindest ganz gut. Also einmal pausieren. Verstecken. Hm, das ist jetzt natürlich Pech. So, da kommen sie. Und ich denke, wir werden zuerst versuchen, den Feldmarset zu erledigen. Wer von euch beiden schiefsten besser? Ähm, achso, hier rechte Seite 69, 18. Ich werde nicht einen Ruhe machen. So, da hoffe ich, dass wir den jetzt direkt ausschalten können. Das wäre super, wenn das funktionieren würde. Da haben wir irgendwie getroffen. Aber ich glaube, er lebt noch. Aber er ist schwer verletzt. Ja, okay. Ach, beim letzten Mal haben die uns hier den Boden weggeknallt... ...und wir sind direkt abgestürzt, ne? Ich glaube, da ist Banns zumindest ziemlich... ...schwer runtergefallen. Die verstecken sich da alle. Ach, die sind doch alle auf der falschen Seite da. Er krabbelt erst mal runter. So, du hast keinen Schuss mehr. Na, dann leg dich mal hin. Bist du nämlich schon mal aus der Sicht weiter. Ist das ein explosives Fass? Ne, das ist nur irgendeine... ...Tonne. So, dann jetzt bitte einmal richtig gut treffen. Okay, das war gut. Wohinnt er denn rum? Streifschuss? Okay, das hat nicht viel eingebracht. Ja, ich glaube, der Rekrut wird es trotzdem nicht überleben. Ja, die Rekruten haben es ein bisschen schwer hier. Vielleicht haben wir eine Granate oder sowas, ne? Wow. Er ist auch schon komplett flankiert worden. Aber ist selber flankiert. Komm schon, auch mal. Ja, ist sehr gut. Boah, die sollen mal nicht da rangehen. Ich denke, sie haben das Regretchen versucht, ihre Glück gegen uns. Okay. Kalina hier. Kann man so machen, denke ich. So, wir schauen mal gerade ins Inventar. Wir haben natürlich keine Granaten. Oh, doch. Kalina hat eine Granate dabei. Hm? Chance auf Missgeschick moderat. Oh, das sieht euch gerade aus. Aber der Kopf ist gepanzert und wir haben keine panzerbrechende Munition dabei. Ja, gut. Streifschuss. Fuck. Oh, die haben wieder gemäht. Okay, aber drei haben wir ausgeschaltet. Zwei leben noch. Oh, das ist jetzt so ein bisschen Feuergefecht auf Distanz hier. Ich weiß gar nicht, ob die unendlich Munition haben. So, wie sieht denn das aus? Wenn du jetzt hier aufstehst und noch völlig, bist du direkt entdeckt. Das bringt natürlich nichts. Ach, war hier unten, ja? Warum war ich nicht so viel geschlossen? Ich dachte, das ist da hinten der letzte, ne? Verdammt. Na gut, machen wir gleich. Ja, der Boss bin ich, ne? Das kann ich Boss Blue Bear sein. Okay, die haben ihn. So, was macht er jetzt? Halt die schwierige Entscheidung, hocken bleiben, von da aus schießen oder sich eine vernünftige Deckung endlich mal zu suchen. So, wir verstecken uns. Auf die Distanz habe ich keinen Bock, auf den zu schießen. Weil er da einfach durch die Wand durch ist, aber nicht super effektiv. Ja, wenn ich wüsste, dass sie jetzt unheimlich viel Munition finden, dann würde ich ja die Mädels ja auch ein bisschen Schusstraining machen lassen. Na, vielleicht machen wir es trotzdem. Ich meine, wir haben noch nicht viel Munition verbraucht. Aha. Das hoffe ich. Können wir eigentlich nur auf den Oberkörper gehen, ne? Alles andere ist Verschwendung. Nice. So, wir verstecken. Du willst mich schlafen? Ich habe komplett das falsche Outfit aufgenommen. Ich denke, ich kann das von drüben machen. So, der ist, ach ne, der ist verletzt. Ich dachte, der wäre schon fast tot. Jetzt ist er fast tot. Dann lebt immer noch. Ist ja frech Da ist er weg So, das müsste alles gewesen sein So, kannst du irgendjemanden verbinden? Was ist eigentlich mit ihm hier los? Das weiß ich immer noch nicht Hatten wir Reserve Munition? Ja, hatten wir Okay, gut, dann plündern wir mal ein bisschen Was sind die Chancen, dass ich eine decenten Bottle von Konditioner finden? Ich glaube, sehr, sehr gering Ihr habt noch einen intakten Dietrich NATO-Match-Amo Ja, gut Durch War es dann schon wieder Zumindest hier Haben sie sehr gut gemacht Keine Verletzung kassiert Wo bist du eigentlich? Du bist da Und was tust du gerade? Du chillst Warum chillst denn du da? Haben wir echt nichts zu tun? Nee Ach, er weiß nicht, wo er hin soll Hier unten können wir noch nicht gefahrlos hin Überall anders haben wir, glaube ich, gerade ganz gut schon ausgebildet Die Milizen Barry ist noch nicht ins Sanatorium unterwegs Weil Er dazu hier durch den Wald müsste Und der ist noch nicht safe oder was? Da macht Larry gerade irgendwas Ach, der stellt noch Munition her Ah, okay Er ist noch beschäftigt Das ist das Ding Aber geht ja nicht mehr lange, wie es aussieht So Weiter Jetzt ist Larry fertig So, dann schauen wir hier mal in den Sektorversteck rein Da liegt nichts mehr rum Wir haben alles in den Vorräten Wir haben Teddy dabei Das heißt, Larry kann jetzt mal los Just don't ask me to walk in a straight line Nee, nee, du Ach, du kannst laufen, wie du möchtest Hauptsache, du kommst da an irgendwann Das ist zwillingsgut Das ist zwillingsgut Das ist ein Dorf begonnen Ich bin nicht sicher, aber das könnte etwas interessantes sein Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo gucken wir hin? So eine Art Wehrdorf hier mit Palissaden und so Reden wir mal mit Chimani Ja, so ähnlich Oh, okay Hier sind wir in irgendeinen Dorfkonflikt reingeraten Dann ist ein Lastwagen Ich weiß nicht, ob der Leichen drauf hat Nee, es sieht eher nach Versorgungsgütern aus Aber irgendwo soll hier so eine Probe sein Wir haben keine Infos Klar, wir kommen da Ach, das Ja, okay Also hier sind zwei Clans Die haben sich wahrscheinlich irgendwann mal gespalten Haben hier dieses Weingut scheinbar geerbt Wir gehen? Wir gehen Ich hoffe, hier sind keine Hygiene drin Die könnten ja jederzeit raus Sure Was haben die hier? Ich dachte, die hätten hier drüben Wein angebaut Das sieht doch aus wie Wein Das ist hier vielleicht Hopfen oder Vielleicht auch ein kaputtes Gewächshaus Okay, also Abraham von Tessel und Caroline Le Domas sind hier die beiden Chef Ich denke, wir brauchen uns einen Hammer oder eine Propan-Gas-Flasche oder sowas Wir haben immer noch keinen Dietrich Andererseits wollen wir auch nur irgendeine Probe haben Ich wollte lieber ein paar Infos haben Die nehmen wir mit Davon haben wir auch genug Okay, ich glaube, so ein Mega-Loot gibt es hier nicht So, hier drüben können wir noch rein Hier ist Dr. Lanfer Da haben wir doch die Gräber gesehen Sollen wir mit dem reden? Wie finde ich das raus? Einen erfahrenen Doktor, der wertvolle Daten liefern kann Ja, okay Also wir sollen mit Dr. Lanfer reden erstmal Hallo, ja, ja Ja, ja Okay, dumm ist er nicht Okay, dumm ist er nicht Na, okay Ah, okay Jetzt können wir nach der Tollwut fragen Endlich Gibt es denn hier Fälle davon? Ja, okay Das haben wir alle verstanden Ähm, sie hat die rote Tollwut Ja, sagen wir mal Okay Kein Mitleid von ihm Äh, es geht darum, Menschenleben zu retten Ihre Forschung hält sie am Leben Äh, ja, wir sagen mal Es geht darum, Menschenleben zu retten If I subscribe to Dr. Cronenberg's approach to saving human lives I would go around putting calculators in my first ed kits Now stop wasting my time Ja, das haben wir nicht Ganz optimal gemacht Mal gucken, ob wir nochmal mit ihm reden können Ja, das laden wir vielleicht nochmal Versuchen einen anderen Ansatz So Wir machen das mal, ähm Ja, wir sind bloß selten Okay, wen kümmert's denn? So Was ist denn hier jetzt die richtige Antwort? Sie hat die rote Tollwut Äh, ihre Forschung hält sie am Leben Versuchen wir mal I may not be a doctor But in my opinion The research is the only thing Keeping her alive So basically You're telling me that the sooner I help her with her research The sooner will get rid of her That's very cynical of you I'll help anyway I can Ah, okay Das hat funktioniert It's never too early to stop wasting my time Na Bin ich mir gar nicht so sicher So Wir haben Eine Virusprobe bekommen Das ist super So Und ich denke Wenn wir schon mal hier sind Dann können wir auch ruhig mit den beiden mal reden, ne Auch immer sie jetzt hingerannt sind Wann bin ich hier? Ach, da vorne Da sind die Mh, ein bisschen Standard-Munition 556 NATO Let's go Ah, look there Noch ein Chip Mega Hallo Ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn verarmte Aber du solltest jemand anderes testen und sehen Besonders in der Technik Okay, okay Hat sie sich gerade in Technik verbessert? Habe ich das richtig gesehen aus dem Augenwinkel? Möglich wäre es Nein, da sind Tote Was denn da jetzt passiert? We move with certainty About time, constables Someone has to stop this Murderer But how could they? We are dealing with the supernatural here This isn't a job for law enforcement We need an exorcist to banish those vengeful spirits No offense, officers Ah, but this is all part of his plan He wants you to think that there are spirits involved And in the meantime is killing us one by one Just like he killed our Romeo and Juliet here Nonsense This is clearly walk of the devil I guess it takes one to no one Simpleton Witch Okay Wissen wir mal Bescheid Reden wir mal mit denen Ne, wir gucken uns erstmal hier um So, Tatlauteuntersuchung macht MD Die Pistole ist eine echte Waffe Keine Requisite 9mm Hohlspitzgeschosse Eins wurde abgefeuert Oder fehlt zumindest im Magazin Aha, Strichenien Keine verborgene Nachricht an der Tür M.D. present Ich schade, wenn ich mich an dieser schrecklichen alten Symmetrie Du bist besser weg von dem L'Enfair-Brother's-Kriff Es ist eine Tür Ah, straight to hell Hm, na okay Wer kriegen wir aus ihm nicht raus, oder was? Was? 100 Jahre ago The L'Enfair-Brothers killed each other under very suspicious circumstances They sold their souls to the devil And now, they are here again Trying to pay him back by murdering my family Yes, such things are common Was? I have seen it with my own two eyes The doctor was performing filthy rituals To summon his demonic relatives The L'Enfair-Brothers They ride in the night And spill the blood of the innocent It is very brave of you That you are getting involved with this murder case But I have to warn you Be careful The Owls are not what they see Natürlich I wouldn't be surprised if it turns out that those filthy van-tassel farmers have brought this curse upon us They pray only twice a day Can you imagine? I have seen it with my own two eyes Okay The doctor was performing To summon his demonic relatives The L'Enfair-Brothers And where is the other behind? The rain in the night And spill the blood of the innocent Are we driven tofällig? Oh no, here are the dumb monsters We have to go to the other side Right on Let's go We got this The door is locked Ach da ist er The highbrows snob Caroline Thinks that we'll buy her Vengeful spirits nonsense She's probably plotting With that creepy doctor To scare us out of our house Okay Ich würde gerne noch mal mit ihm reden Hallo Nossa, he'll be right here Buggy Who has the motive? It's easy Doctor L'Enfair is the last heir of the family From whom we bought the manor And now he's trying to scare us out of our own houses That doctor is a crafty old fox But I'm sure you will eventually catch him red-handed Who has the motive? It's easy Doctor L'Enfair is the last heir of the family From whom we bought the manor And now he's trying to scare us out of our own houses Also müssen wir noch mal mit dem guten alten Doktor reden Wo war denn sein Haus? Ah, ich hab mich verlaufen Ey, hier unten So, aber wir gucken erstmal hier in die Notizen rein Weil wir schon hier sind Und was cooles machen können Es scheint bei der Hexenhütte eine Hexe zu geben Die die Männer vom Wassergrab verzaubert und sexuell missbraucht What? Wann haben wir das denn rausgefunden? Keine Ahnung Äh, jemand ermordet auf dem Ackerland Menschen Der Grab ist So, das Zwillingsgut Beim Zwillingsgut gab es eine Mordserie Deren Höhepunkt ein spektakulärer Doppelmord Während der Aufführung von Romeo und Julia Durch eine Laien-Schauspielgruppe war Einer der Schauspieler auf der Bühne trat mit einer Pistole auf Die mit echten 9mm Hohspitz geschossen geladen war Der Trank, den einer der Schauspieler während der Aufführung zu sich nahm Enthielt Strich nie Es geht um das Gerücht Äh, es geht das Gerücht um Dass die Gebrüder Longfair, der einzige Besitzer des Guts waren Sich gegenseitig umgebracht haben Und dann als Rachegeister zurückgekehrt sind Okay Gut Ähm, dann schauen wir uns mal ein bisschen um, ne? Am Schreibtisch des Doktors liegen eine 9mm Pistole Und eine ungeöffnete Schachtel mit 9mm Kugeln Das Archiv der Klinik ist ein Blick wert Das ist ein Job für MD Oh, okay Wir haben Autopsieberichte und alles Ähm, Michael hier Ach, hier gab es auch noch was Wir klauen erstmal Bauteile Das ist gerade wichtig Im Schrank des Doktors ist eine kleine Flasche mit einem Aufkleber auf dem Cyanid Okay, also er hat keinen Strich nie im Direkt Äh, wir lassen das Zeug glaube ich erstmal liegen Aber wir reden mal mit dem Doktor Und dann machen wir uns aber langsam auf den Weg wieder Hm, erzählen sie uns mal von den Morden Okay, cool Dann sagen sie uns alles was sie wissen, oha Hm, you want me to tell you the story about the gorgeous nurse Who helped me with my study of gross anatomy Na, now that I think of it I'll keep it to myself You would not have the stomach for it Okay, hat sich super an So, wo waren sie denn zum Zeitpunkt des Mordes? Das ist richtig Rachegeister, erzähl mal Oh Gott Zum Glück ist Larry nicht dabei Äh, was ist denn bei der Autopsie herausgekommen? Some were shot Others were poisoned All died with great success There was never one who was poisoned and shot At the same time That probably means the murderer Is a responsible person Who does not waste resources Good job And if I was a miner you would have found a sharp pickaxe in my shed, right? Hm, now that I think of it I'm quite certain I actually have one somewhere around here He has a point Cyanide has some medical uses in clinical chemistry Ah, a colleague And where do you see a chemical lab in here, young man? Um, it can also be applied in emergency situations to produce a rapid decrease in blood pressure Correct You get an A- Where the minus stands for one dead patient Because you're too smart to be practical Hm, okay Hm, ja, wir haben natürlich noch keinen Mordverdächtigen I need to stop wasting my time Na, wir kümmern uns ja wann andersrum Ja, wir haben ja erstmal Was zu tun auf jeden Fall Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter Für heute war es das nämlich schon Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid Macht's gut und bis dann Ciao Ciao